Herzlich Willkommen zurück zum anderen Valko für Lesbe Transport Fever. So, wie ich schon gedacht, ich habe meine Mods alle nicht aktiviert, die ich eingefügt habe. Ist natürlich ganz schlau, ne? Das heißt, wir können mal kurz drüber gucken, was denn da jetzt eigentlich alles dazugekommen ist. Und zwar müssen das einige neue Züge sein. Gucken wir mal kurz rein hier. Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft jetzt gerade noch nie mehr so flüssig wie vorher. So, an den Dokmotiven habe ich hier Bauer 112. Dann müssen da, da sind ordentliche Schnellzug-Lokomotiven. 160, na gut. Ah, hier. Da, da sind bessere, und hier noch für ein IC. Das habe ich auch noch, was ist das? Ich meine, in Ordnung. Ja, dann habe ich sowas hier, SNXF irgendwas. Eine kleine Cobra, die müsste aber eigentlich auch im Straßenbahndepot sein. Aber da müsste man wagen, dass wir gleich die IC-Doppelstock wagen hinten. Hm? Nö? Warum nicht? Das ist komisch. Ja, einen Zug, ach, die gibt's. Ah, es kann sein, dass die noch nicht gibt. Gucken wir hier auf jeden Fall. Ist das Diesel? Das ist Diesel, oder? Das wäre vielleicht ein Aussatz hier für die Züge, wenn man da zwei zusammenkuppelt. Oder? Kann man da vielleicht mal drüber nachdenken? Gucken wir mal, 40. 80. Die sind immer voll. Seht ihr, wenn man mit denen mal sechs Stück kaufen, die in die Doppeltraktion hängt? So, ja. 104 Meter sollte eigentlich auf dem Bodensteiglenker funktionieren. Gucken wir, ersetzen wir die einfach mal. Okay, pass auf. Sagen wir mal, hier, ihr geht alle verkaufen. Linie zuweisen, alle auf Linie 5. Dann drücken wir gleich mal auf Play und gucken wir uns das mal an. Der erste bestimmt ist gleich verschwinden, ja. Das ist sehr gut. Wölf, der besser ist gedacht. Weg mit dem. Guck mal, das sieht doch gleich viel moderner aus. Ja, das gefällt mir. Jupp. Gute Entscheidung für die Strecke. Okay, alles andere können wir später gucken. Was ohne Hub? Mal kurz hier gucken. Muss ein großes Depot sein. Guck mal, Zug-Depot. Da, riesen Ding. Sieht mal ein bisschen anders aus. Können wir irgendwo mal dann verbauen. Ach, es wohne. Und ich müsste eigentlich auch für die Busse noch was Neues haben. Weiß nicht, ob das eine Bushaltestelle war. Ja, hier Busbahnhof. Großen Busbahnhof. So was können wir vielleicht auch nochmal irgendwo benutzen. Hab ich hier noch Garagen? Was war es noch? Was war es noch? Der Rest waren eigentlich Züge und sowas. Okay, aber die Bahn, die ich hier jetzt eigentlich fahren müssen wollte, gibt es noch nicht. Schade. Obwohl, wir waren eigentlich auch mit den relativ gut bedienen, der erst mal, ne? Macht doch ein Minus. Wir haben ja hier auch noch keinen Stadtverkehr. Wollte man vielleicht mal machen, ne? Können wir den da fahren. Puh. Puh. Da können wir doch gleich mal. Busseilte ich den mit Tramstopp. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich wollte mal sowas hier hinbauen. Kann ich ein großes Ding. Na gut. Was willst du machen? Ne, das gefällt mir nicht. Das ist besser. Das ist besser. So. Gleich mal ein bisserl was verbinden, weil Sonst wird das ja eh rotz. Okay, dann können wir gucken, wie könnte man jetzt mit dem Bus fahren. Und wir fahren hier durch. Warten wir hier auf jeden Fall noch mal halten. Hier lang. In die Richtung wird man hier rumfahren. Einfach überall ein paar Bushaltestellen hinsetzen. So, jetzt haben wir schöne Bushaltestellen. Jetzt können wir vielleicht zwei Linien direkt machen. Ne, ihn reicht. Was wird denn ein Ring? Wir machen zwei Linien. Also tun wir mal neue Linien stellen. Von hier, hier. Von hier. Hier. Passt du auf, noch schlauere Idee. So. Guck mal. Wie sieht das Schild aus? Hätte aber hier so rumfahren können. Nehmen wir das uns so. Jetzt machen wir das erstmal ganz, ganz neue Taktik an Busstrecke. So, Straßenfahrzeugdepot. Ich weiß noch, ich glaube ich habe noch neue Busse. Ja, ich habe neue Busse. Und zwar habe ich... Da. Ich habe mir Fahrtenbusse geholt. Das muss man kleiner ausrüsten. Hier können wir mal Hybridbus. Hybridbus. Genau, nehmen wir mal was Großes. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Dadurch, dass wir keine Bushaltestellen reinfahren müssen. Also Busdinger so richtig. Können wir mal sowas nehmen. Sieht doch ohne schlecht aus. So, jetzt müssen wir mal... Welche Stadt machen wir denn? Die hier würde ich sagen. Weil hier vorne zu viele Leute sind. Ah, guck mal. Dual Stocks. Das ist gut. Hier gab es noch eine Linie in der Stadt, ne? So, und da. Setzen wir statt den Dingern. Die können ja nur. Also wirklich nur. Da sehen wir gleich nochmal. Wo waren die denn? Die waren das, glaube ich. Irgendwelche D&D. Die hat Lübe. Guck mal. 25 Passagiere und nur 80 kamen. Und jetzt können wir da. Ganz einfach mal. Ganz einfach mal. Mit 45 Passagiere und 100 kamen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. So viel sind jetzt wohl drauf. Eigentlich 15 aber. Auf der. Hier ist 17. Sie ist schnellerer und größerer Busse. Sehr schön. So. Ich habe gerade hier meine Güter gesehen. Was ist denn hier los? Hundert Dings geht er auf der Linie 20 geworden. Man fährt Linie 20 eigentlich mittlerweile üben. Und was ist hier mit der anderen Strecke los? Wie hier 22? Warum habe ich denn da eigentlich nur einen Zug vor? Aber weil das nur hier hin ist. Die sind doch fast ausgelastet. Wo wollt ihr denn noch mehr Brot hinliefern? Ich denke, das ist ja kein Problem sein. Ich glaube nicht, dass wir da noch einen zweiten Zug brauchen. Ich glaube aber auf die Buslinie, da können wir gleich Nummer 2 draufsetzen. 17. Es waren echt so viele. So, wie sie hier hinten aussehen. Die versorgt. 94%. Das heißt, man könnte eigentlich an diese Produktion. Ich versuche mir vier anzuliefern. Wie soll ich denn hier nochmal anliefern? Der Zug ist voll. Wir können nicht an die Güterschrecke mal bis dort vorne noch bauen. Wollen wir das jetzt machen? Ja. Ich müsste auch noch mehr Leute abtransportieren. Ich komme hier echt an die Kapazitätsgrenze. Hätte ich nicht gedacht. War nicht für die Strecke. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem, dass wir hier einfach mal die nächste Stadt noch mit einem Güterverkehr anschließen. Wanderer. Einkaufsmöglichkeiten, das heißt, wir müssen hier irgendwo ran. So toll, wenn wir hier drauf fahren. Wir in den Scheiß-Tunnel-Sinn. Ah, das gefällt mir alles, ne? Alter, wie viele Leute überall worden. Die 29, was ist das, die hier? Der Zug ist voll. Die Flugzeuge sind voll. Kannst du echt noch ein größeres Flugzeug oder ein neues Flugzeug mit reinsetzen? Man kann ja natürlich generell von hier hinten ohne auf was anderes starten lassen. Hier hin oder so. Oder nach Boden. Oder eine kurze Flugverbindung hier noch. Während der Wasser-Ene-Such-Ein-Verkehr angeschlossen soll. Nur mit Bussen. Boah, hier gibt es noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade weitermachen soll, wirklich. Ob ich jetzt neue Sachen einschließen soll. Oder ob ich jetzt hier mich um die bestehenden Sachen kümmere. Zum Beispiel hier die Hauptstrecke. Die Züge sind schon wieder voll. Mal sehen, was es hier noch für neue Züge gibt. Für Möglichkeiten. Guck mal, hier passen ja 30 Leuten in so einen Zugwagen. 30, 60, 60, 90, 3 Wochen ist eh so ein Pendelzug. 122. Okay. Nur zwei von denen zusammenhängen. Zwei von den Double Stocks. Und was hat man denn? Was hat man denn? Was hat man denn? Größeren Zug? Den Pendelzug? Das sind drei Wagen. Der kann 130. Wenn wir da wirklich den hier nehmen. 1, 2, 3, 4. Ich bin für 119. Nur 108 Meter Länge. Da kommt noch ein Lock dazu. Irgendeiner? Irgendeiner? 124. Wie lange sind wir mit Bahnsteig überall wahrscheinlich? 106 sind sie auf jeden Fall lang. Das heißt, man könnte vielleicht noch ein Wagen reinhängen. Ja, kann man. So, wenn wir den jetzt mal zweimal klunen. Dann kann man mit 150 Passagieren auf der Strecke hinten vielleicht fahren. Der hier. Ich fahr gerade mit vier Zügen hier. Okay, das heißt, wir brauchen noch einen vierten. Bin ich mit der Lock zufrieden? Ja. So, das heißt, die Züge verkaufen und euch alle auf die Linie 7. Hmm. Uh, uh. So. So geht das. So geht das. So geht es ganz schön viel auf der Strecke gleich los hier. Können vielleicht hier mal noch Blockstreckensignal rein setzen. Dann gucken wir uns die neuen Züge mal an. Ja. Ich denke, das geht auf jeden Fall. Wollen wir die schneller machen. Wollen wir mal die erste Fuche sehen. Dauert halt ein bisschen, bis die jetzt an Ort und Stelle sind, ne? Aber dafür werden, denke ich mal, die ersten Fahrten relativ voll. Und die Strecke hier zählt meines Erachtens nach auch zu den meistgenutzten Strecken, die wir haben. Alleine schon durch den Fakt dieser Überführungsfahrten. Guck mal, auf jeden Fall sind wir schnell unterwegs mit 160 kmh. Als mit dem bisherigen 130. Wie denn dauert denn das, bis der mal ein Bahnhof ist dort? Jetzt habe ich meinen IC-Doppelstockwagen. Genau, da sind sie doch. Okay. Da sind meine IC-Lokomotiven. Warum steht denn jetzt hier alles? Lass mich raten, wenn der auch steht. Und der zu bestimmt. Ja. Wartler. Wo ist die andere Person? Ja. Ne. Das waren jetzt drei und einer ist ja schon weg. Ja. Kann ich jetzt auch nichts machen. Wird sich jetzt kurz aufstauen. Oh. Okay. Hier geht es weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.